Höhere Altersrente durch 99,99% Teilrente statt durch 99% Teilrente. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Die gesetzliche Rentenversicherung akzeptierte nur die 99% Teilrente als unabhängig vom Hinzuverdienst gewählte Altersrente. Diese Blockade hat sie jetzt aufgegeben. Nunmehr gilt auch für sie eine maximale Teilrente als Altersrente von 99,99%. Das bedeutet für viele Menschen, die eine Altersrente als Teilrente beantragen wollen, dass sie mit einer 99,99% Teilrente höhere monatlichen Renten haben als nur bei 99%. Bei einer Monatsrente von 1500 Euro brutto bedeuten 99,99% einen Rentenverlust von monatlich 15 Cent. Hingegen bei einer 99% Teilrente der Versicherte 15 Euro weniger Rente im Monat bekommt. Der Unterschied ist schon erheblich. Insgesamt also 180 Euro weniger Rente. 15 mal 12, 180 bei einer 99% Teilrente. Hingegen der Jahresverlust bei einer 99,99% Teilrente genau 1,80 Euro ist. Viele Versicherte arbeiten neben der Rente weiter und können sich mit der 99,99% Teilrente den Krankengeldanspruch nach Auslaufen der 6 Wochen Entgeltfortzahlung sichern, wenn sie in der gesetzlichen Krankenversicherung versichert sind. Ich finde bei 1,80 Euro Rentenverlust im Jahr bei einer 99,99% Teilrente eine gute Sache im Vergleich zu 180 Euro weniger Rente bei der 99% Teilrente. Wer schon jetzt eine 99% Teilrente als Altersrente bezieht, sollte darüber nachdenken, diese in eine 99,99% Teilrente umzuwandeln. Also hierzu müssen sie einen Antrag stellen und gegebenenfalls auch einen Überprüfungsantrag stellen, um diese 99,99% Teilrente für die Vergangenheit ab Beginn der 99% Teilrente zu sichern. Vorher, also vor dem Überprüfungsantrag, sollten Sie aber bitte zu einem unabhängigen Rentenberater oder Rechtsanwalt gehen und den Überprüfungsantrag durchchecken, damit die ganze Sache nicht nach hinten losgeht. Mit unabhängigen, gerichtlich zugelassenen Rentenberater meine ich nicht die Beratungsstellen bei der Deutschen Rentenversicherung. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel www.rentenbescheid24.de live www.rentenberateresis.de NAJANENerd